Moin Moin Freunde, bevor wir ins Video starten, ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Bitte entschuldigt diese Eigenwerbung, aber ich will euch einfach drauf aufmerksam machen. Ja, wie letzte Woche schon gesagt, ist mein neuer Glorious Club 2.0 Merchandise online. Und ja, da wir gerade damit die Sommerkollektion starten, werden viele der alten Merchandise-Sachen am Ende der Woche aus dem Shop genommen werden. Ja, unter anderem fallen die echt coolen Glorious Club, College-Jacken fürs Erste raus, die Hype-Fist-Sachen werden wir rausnehmen. Die Unboxing-Cat-Sachen und ja, wenn ihr Bock auf irgendwas davon noch habt, dann ist für den Moment jetzt erstmal die letzte Chance, sich was davon zu sichern. Um das Ganze für euch ein bisschen attraktiver zu machen, haben wir aber einen 15% Rabatt auf diese Sachen raufgehauen. Das heißt, das Ganze ist ein bisschen günstiger und ja, wer sich was kauft, gerne ein Foto schicken. Ich retweete das immer gerne auf Twitter und ja, jetzt starten wir ins Video und sorry für die Eigenwerbung zum Start. Moin Moin Hero Maniacs hier Sascha und heute haben wir mal was Besonderes. Wir haben einen Custom Game aufgesetzt und das mit einem Spielmodus, den der Crandox, Crandox sag mal was. Was, guten Tag. Was, guten Tag, was, guten Tag, finde ich mal sehr schön. Den der Crandox erfunden hat, hat er mir zumindest erzählt, wir glauben das jetzt einfach mal so. Ähm, und zwar hat der Crandox, er nennt es Brigitte Baseball erfunden. Ich nenne es eher Brigittes BDSM Club. Ähm, bitte googelt das nicht. Ist nicht gut. Ähm, es ist ein Modus, wo man quasi nur die Kette hat und Gegner mit, ich weiß nicht, ist es Low-Gravity Crandox? Ja, ne, Low-Gravity weghauen kann. Ne, kein Low-Gravity, das ist einfach erhöhter Rückstoß. Okay, erhöhter Rückstoß. Na gut, dann halt das. Gut, das werden wir heute spielen. Ähm, die Map ist aber, welche Map ist besser? Sag mir mal, welche ist die beste Map? Du hast ja ein bisschen getestet bisher schon. Also, was ich sehr empfehlen kann, ist zum einen Nekropole oder Iliosbrunn. Der Blick von der lieben Brigitte ist auch voll so. Brigitte! 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 Das hört sich irgendwie nicht gesund an. Gut, du kannst einfach mitmachen, ey. Hey, hey! Uh, uh! Ich wollte mir das. Oh, ich hab ja jetzt schon fast down! Ja, da ist ja! Zero, kein Campen. Noi! Alter, Zero, müssen wir dich aus der Lobby kicken? Müssen wir dich schon wieder rauskicken? Ey, ich camp nicht, ja? Taktisches Warten. Sag dir, ob du hier in der Ecke hast. Das ist mein Lieblingsspruch, taktisches Warten. Oh! Zuck it. Ohne Campen. Nein! Oh, ich misch mich hier einfach mal ein. Puh! Oh! Wer hat den Quill jetzt bekommen? Zero, verzieh dich! Nimm mir da was! Geh weg! Nein! Oh, guck mal, Jens. Oh, ho, ho! Ich spring selber runter. Mensch, hober! Was denn? Sien, schon wäre ein schlechter Verlierer. Nein! Ich stehe hier oben auf dem Haar. Oh, cool! Hier kommt man hin. Oh, ich komme nicht raus! Ich komme mal hin! Ich habe überhaupt gesagt, ey, ey, lass mal rausgehen! Lass mal rausgehen! Lass mal rausgehen, ey! Wollt ihr die alle drin? Lass mal cheaten da oben! Keine Ahnung, ich bin hier hochgehauen! Ich hole mir jetzt erstmal einen Jens draußen. Komm, Jens. Du und ich. Eins gegen eins. Oh, Gott! Da mischt sich einer von hinten ein. Uff! Ja, der hat mich über die Map gehauen. Wer war's? Wer war's? Wer war's? Oh, ich war's. Angegenmich war ich selbst. Überall sieht sie in die Brigitte durch die Map fliegen, ey. Nein! Ich habe keinen Sinn getroffen. Schade! Oh, das ist so witzig. Ich bin draußen. Oh, hellöchen! Ach, der wird so. Der Modus ist super, Grandix. Ja, Alter. Ja, danke. Freut mich. Oh! Ich will den Turm in der Luft halten! Lass den Turm aber jonglieren! Oh, das ist eine geile Position. Achso. Stimmt. Dass ich jetzt gesagt habe, Rechnung kommt natürlich bei Post, ne? Es sei denn natürlich, ich treffe zwischendurch jemanden, dann halte ich mich hoch. Ja. Dankeschön. Oh, der überlebt er! Hi, Spatendo! Hi, da! Bye, bye! Oh Gott! Oh Mann! Oh, ich will nicht in der Position hier sein. Ich will nicht vor der offenen Kante stehen. Oh, oh mein Gott! Hi, Grandix! Oh Gott, okay, tschüss! Oh, das ist eine schlechte Position, in der ich gerade bin. Oh, oh, Andi, das machst du wirklich? Das ist tracky, was er hier macht. Oh, verdammt. Oh, nein! Oh, ich habe wirklich nicht so gebraucht. Das ist natürlich ein bisschen stark, wenn du überlegst, ne? Also kannst du super schnell wieder shiften. Ah! Komm, Grandix, komm schon! Erstmal, erstmal Zero hier rausholen, ey. Hi, Jens. Tschüss, Jens. Na komm, nimm den Schild runter, Mädel! Beginne! Oh, ich komme erstmal raus zu euch. Brauchst uns Party, glaube ich. Auf jeden Fall. Ich werde rumgeschossen, lass es los. Ich auch. Ich will doch nur ab... Uh! Das ist aber sehr hinsalig. Ich wurde einfach gerade in der Mitte über den Abgrund rübergeschossen. Oh, ich bin nach oben geflogen. Ich versuche gerade hier irgendwie einigermaßen sicher zu bleiben. Oh, ja! 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 Da komm, bei, Drex. Ich verstände. Können wir was mit dem Fokussen? Nee! Warum? Du gewinnst sonst. Ja? Ja. Ich darf das? Jetzt habe ich... Nein! Auf Google. Alter, da kann der Lenny sich retten, ey! Oh, so alt! Obla! Ohne Kacke, ey! Noch gerettet. Komm, Grandox! Verstand! Ach, komm! Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich stehe da nicht so drauf zu werden. So auf Peitschen? Ja, nee, eher mich. Ach, stelle ich mich nicht so an. Oh, Lenny, du hast doch nichts mehr. Ich weiß doch auch. Jawohl! So, ich wollte jetzt mal aufholen die Aktie mit Spirit Hendo. Komm her! Komm raus! Komm raus! Komm raus! Du Feigling! Ciao, Jens! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Ich kann Grandox bitte Letzter sein. Jawohl! Ja, komm schon! Ich bin mir ganz. Jawohl! Ach, du Feigling! Oh, Jens, Jens! Nein, 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 nein! Was? Oh, mein... Was? Haha! Iiiiih! Jetzt stell dir den Modus mal mit, äh... Halb Brigitte, halb Rotog vor. Oh, Ella! Oh, Feigling! Ella feuert mich an, Leute! Ihr wisst, was das heißt. Hi, Zero! Ja, Ella ist immer gegen mich. Oh, nein! Warte, Ella feuert dich an und nicht einfach den Modus. Ja, Ella feuert mich an. Tja, Ella weiß, wenn wir der Begrüß ist. Ella ist halt eine untreue Seele. Was ich schon immer... Oh, mein Gott! Oh, nein! So weit! Schau, was auch schau! Stopp! Alter! Oh, mein Gott! Oh, Gott! Oh, mein Gott! So, komm, komm, komm! Oh, Lenny, komm! Geh fliegen, geh fliegen, geh fliegen! Alter, könntest du jetzt mal sterben? Danke. So, komm, Spirit Tendor ist noch nicht gewonnen. Ah, wir gehen einfach alle auf Spirit Tendor, okay? Noch nicht, noch nicht! Ey, 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 ey! Hallo? Das ist nicht mehr! Hi, Jens. Pass auf, jetzt sind es halt hier, ist einer. Ich will nicht, dass Spirit Tendor das Ding gewinnt. Nein, ey, was war denn das? Also, Teaming hier, oder wie? Richtig hart gegen ein, ey. Nein, der Hydrax ist vorbeigezogen. Oh, Hydrax, was? Der hat uns gerade vier Leute gekillt. Ja, ja, ja. Wie kriegt denn so viele Leute gerade tot? Ich will niemand runter oder sonst irgendwas. Oh, verdammt. Jens und ich sind beide zu clever für dieses Spiel, ey. Oh, nein. Ey. Könnt ihr mir aufhören? Noch sagt ihr, seid zu clever. Ja, komm, 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 komm. Er ändert sich bestimmt bald. Ja, komm schon! Nein! Es ist abgeklaut! Jetzt Spirit Tendor ist gerade überlebt. Ich weiß es nicht, aber ich lebe es nicht. Das weiß er selbst nicht. Es ist richtig. Oh, nein, nein! Schlechte Position. Oh! Oh, nein, nein! Tschüss, Cranox. Tschüss. Oh, nein! Der jetzt hat doch nichts mehr. Der hat doch nichts mehr. Aber Hydrax, trau dich. Five. Oh, mein Gott. Es mischt sich für anders ein. Und du gehst dann weiter. Okay, ich bin tot. Hydrax hat gewonnen. Tschüss, Sascha. Ich sag ja, Zero muss aus dem Spielen-Fan-Fan-Fan werden, wer anders aus als Zero und Hydra kriegen soll. Unfassbare Runde, ey. Rock. Eieiei, es war richtig cool, ey. Die Welt ist super dafür. Ja. Aber so ein bisschen Ritter, damit kann ich ganz gut leben. Da habe ich nicht komplett mein Gesicht mit verloren. Also ich bin nicht Elfter geworden. Wir wählen jetzt schon nochmal, Cranox hat diesen Spielmodus erfunden. Das stimmt. So. Brigitte! 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 Sascha, wenn du noch einer mit brauchst, Ilios Nachtmarkt. Äh, ne, äh, Lijang Nachtmarkt. Ilios Nachtmarkt. Jaja, Nachtmarkt. Ja. Lijang. Lijang Nachtmarkt geht auch. So. Oh nein. Ich bin am Arsch. Und pack nie ein Wagen das sein. Alter, schon mal ein bisschen taktisch hier spielen. Toba, geh weg. Hör mal, nur weil du es gewohnt bist, in deiner Beziehung gepeitscht zu werden, heißt das nicht, dass ich... Dammit! Ich hab Toba weiß, wie jemand mit der Peitsche umgeben muss, ey. Also als der, der sonst die Schläge erhält. Oh no! Meine Güte, Toba von Kratien... Oh mein Gott, Toba ist am Eskalieren, ey. Du sagtest, er weiß wie es geht. Uff! Machen wir mal Schiff nicht! Ich hab Schiff, es passiert nichts! Oh, boah! Hier bist du so schnell raus! Oh Gott! Ja! Alter, Toba hat's auch nicht abgesehen, glaub ich. Oh, Jens, was? Du bist nicht raus? Nein, nein, nein. Oh mein Gott! Also, wenn euch jemand fragt, warum eure Shift-Taste kaputt ist, ihr habt ne Antwort. Oh Gott! Das stimmt! Der Olle ist hier! Sooo! Hey, was denn? Im Campen! Mhm! Ja, Zero ist immer am Campen, ey! Hä, was? Ja, ja. Ja, ja. Oh! Was? Ich hab ein Schlitt hoch! Da hab ich aber nix hochgesehen! Oh Gott! Ah, Jens! Geh mal fliegen! 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 Der Sascha haut hier Sachen raus, ne? Das kann nicht wahr sein. Boah, der Sascha! Der Sascha ist am eskalieren! Bring ihn her! Bring... ...gene mit! Das sag ich's nicht! Zero, du Cina! Bye, bye, Zero! Tschüss! Oh, ist so knapp, ist so knapp! Oh, ihr glaubt mir einfach die loosingen Kill, ey! Was soll das? Ich bin Zero auf der Spur! Huch! Oh! Hi Sascha! Flick! Ne, 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 ne! Wow! Schnapp, ey! So schonmal gar nicht! Oh! Flick! Nein! Alter! Chill mal, ey! Ich werde sich die ganze Zeit durch die Wand gehauen! Hi Zero! Kann man nicht mehr auf die gehen, die wenig Leben haben? Ja, ich würd auf Zero gehen! Ich auch! Ich würd auch primär mal auf Zero gehen! Ich versuch grad auf Spirit Zero! Ah, da holt mich der Zero! Ja genau! Auf die, die wenig Leben haben! Auf die, die wenig Leben haben! Oh! Oh, wir haben Zero hier draußen! Ich hab Zero hier! Wenn einer kommt, den holen wir uns jetzt! Er hat nix mehr! Er hat nix mehr! Komm, den hat nix mehr! Da ist ja wieder ein random mit 8 Kates! Ja! Jungs, ne? Jungs, ne? Das ist echt! Nicht mehr geil! Doch, doch, doch! Das ist nur fair! Ich denke auch, das ist ausgleichende Gerechtigkeit! Da komm ich jetzt wieder! Haha! Und wieder! Komm bitte! Oh nein! Bye, bye! Huh! Was? Ach, Grinderz, ne? Nooo! Ja, ja, ja! Das ist der beste Spiel, Bruder! Ohne Scheiß, wenn Blizzard den potenziert, kann ich das irgendwie zu Blizzard bringen? Ich schlag das mal vor! Dass der offiziell als nächster Event wird, äh, äh, Brigitte's BDSM-Club integriert! Heißt du doch so? Ja! Brigitte BDSM! Ich glaub du brauchst ne Overwatch FSK 16 Version, mindestens, äh, FSK 18! Nein! Oh, ist doch schon vorbei? Ohhhh! Ja! Schade! Ach, komm! Uh! Knapp! Tja! Das ist so gut, dieser Modus ist so gut! Alter, Crendogs, du bist ein verfluchtes Genie, ohne Scheiße! Ich werd den echt richtig lieb für mir, weißt du? Ich werd den Crendogs jetzt anheuern, damit der für mich Custom-Game-Modi entwickelt. Ja! 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 Ja!